Herzlich Willkommen zurück und heute mal eine Runde in Lieferspeak Porsche. Hat jetzt alles wieder mal so klappt wie es gehabt. Guck mal, ballert ihn hier voll um Juhon. Ich glaube noch, ich muss erst mal mein Profil laden hier, das ist das alles ziemlich crank. So, zuletzt hatten wir ja Moby Dick gewonnen im Werksfahrer, soweit ich weiß, ne Evolution war das. Hier kam diese Kiste, das lass ich mal erst mal noch. Ich will gerne wissen wie es jetzt hier weiter geht. Gold haben wir durch, ne, wir kommen dann die Clubrennen, Klasse 3 geht es weiter und was hätten wir da? Wir haben ja schon was gekauft, ne, Coupé 4 hier und getunet hatte ich den wohl auch so weit, nicht wahr? Sieht ganz so aus, mit Carbon Faser und hast du nicht gesehen, okay. Jo, dann würde ich sagen, ja, einfach rein in Salat, wahr? Riskieren wir mal unsere Credits hier. Nein, da gibt es keinen Schnee, aber die Strecke dann auch, ne, wahrscheinlich. Egal, ran an die Buletten. Hoffentlich fahr ich ja nicht total scheiße. Ja, das wäre ärgerlich. 3, 2, 1, los! Bitte nicht stoddern hier. Das haben wir nicht so gerne. Voll aus der Übung jetzt, weil ich so lange Pause gemacht hatte zwischendurch hier. Aber gut, schauen wir mal. Oh, shit. Die strecken ja eh nicht so drauf, das kommt noch mit dazu. Ich ziehe hier einfach mal gerade durch, keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich mag diese Strecke nicht, ne? Absolut gar nicht. Weiter hier durch. Ah, shit. Ah, das wird teuer werden, glaub ich. Ah, Mann. Plumm. Jo, links rum oder rechts rum? Ich probier's mit links. Das ist ein bisschen tiefrichtig, wie's aussieht. Nein, 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 nein. Ich glaub, in der Webcam kommt das auch echt rüber, dass ich mit dem Lenkrad ungefähr das mache, was hier auf dem Spiel passiert, hier auf dem Bild im Cockpit. Ja, wir wollen halt immer irgendwie den Simulationsmodus möglichst haben hier. Würde mich sonst irgendwie irritieren, denke ich. Würde mir nicht gefallen. Für mich ist der Drehbereich von dem Lenkrad hier keine Geschmacksfrage, sondern soweit das Spiel halt Simulation ist, soll das hier funktionieren und dann ist das cool. Shit, zu schnell. Hm, komm rum, nee, das gibt's aber auch nicht. Bisschen mit Handbremse vielleicht mal spielen hier. Aber ich glaub, die Strecke ist eh bald durch, ja. So viel bringt man das dann ja auch nicht mehr. Ich hab recht so einen Handbremsenhebel hier am Stuhl, das wär cool. Gibt es sowas? Kann man das da weiter? So. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Kranke Scheißstrecke. Ernsthaft, gefällt mir gar nicht. Mach ich nicht. Hat man ja auch gesehen. Fahre ich gerade nicht schlecht. Die Kamera vielleicht mal ein bisschen. Ach, naja, wird schon passen, oder? So. Sollte sitzen. So, jetzt kommt diese Alps-Geschichte da. Da hol ich mir doch lieber mal so ein paar Dings, ja. Ja. Regengreifen, ne? Weil Slicks werden da wohl verdahl. Verdahl, verdahl, verdahl. Verdahl, verdahl. Ab geht's. Und dann habe ich das Tunnel ja sogar auch schon geschafft. Cool. Drei. Zwei. Eins. Los. Die Strecke müsste ich eigentlich sein fix drauf haben, ja. So einigermaßen. Ah, komm schon. Ah, geht doch. Nicht perfekt, aber hat noch geklappt, ne? Ah, ja, die so üblen S-Kurven. Das sieht in der Wiederholung bestimmt gleich richtig lustig aus. Ich bin doch schon mal auf zwei Rädern gefahren mit einem 944er irgendwann. Das war echt lustig. Schön auf der Seite. Stimmt. Schön 3DFX-Effekt hier. Jetzt kommt die Schneestelle her. Fährt sich nicht so schön. Hier geht er, glaube ich, ganz gut mit dem Arsch raus, ne? Ja. Kann man dann ganz schön rumziehen. Tut eh nix. Wird zu viel rutschen. Und hier wechselt es plötzlich wieder auf bessere Straße. Oh, das läuft aber ganz souverän bis hier her, aber auch, wie dich jetzt nicht erwartet. Woops. 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 Wechseln. Untertitelung des ZDF, 2020 aber läuft, aber läuft, oh shit, das musste ja noch passieren, da gucken wir uns definitiv die Wiederholung an, das wird ja richtig cool hier, vorher wie die letzte Drecksau, nach der Ziellinie ist das ja egal, erstmal schönen Abflug, legendär, das Rennen gewonnen, Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen, weiter mit dem nächsten Turnier. Ab dafür. Ich bin ja mal gespannt hier, ob das von der Kameraposition auch alles cool ist, und dann wird das hier richtig lustig. Haha. Haha. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Hoop, hoop. Hoop, hoop. Hoop, hoop. Hoop. Das ist eine Flonder. Liegt scheiß tief, das Ding. Hm. Da war die Kamera nicht mehr so toll von einer Position her. Durch Berge durch. Ja, jetzt will ich es aber sehen, ja. Der Abflug. Jump. Oh, 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 oh. So. Was habe ich da jetzt geklickt? Ja, spielt das von vorne, ne? Ja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit einer anderen Kameraposition, aber wenn man da im Replay nicht groß rumspulen kann, dann macht das jetzt auch nicht so viel Sinn. insofern gehen wir uns damit zufrieden. Haben wir das ja ruhig, ne? Jo. Jetzt brauche ich Klasse 2 und da muss ich jetzt wieder einkaufen gehen wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Habe ich den nicht gewonnen? Ja, da habe ich ihn. Aber der zählt nicht zur Klasse 2, ne? Das ist der Haken. Aber fast eine halbe Million gespart. Was gibt es da? Nur den hier. Naja, danke per das Ding. Dann haben wir den halt schon mal eingesackt. Ich weiß von den Moneten ja jetzt unbedingt wieder mal nicht so geil. Ich habe im Endeffekt nichts daran verdient, ne? Aber da werden wir dann wohl die Clubrennen dann halt fahren und so kommen wir wieder zu Geld. Jo. Werksfahrer. Mal gucken. Können wir ja mal reingucken, was das wieder ist hier für ein Sa- Uhhh! Ja. Ja. Amt! Hahaha. Ja. Es ist das, was im Endeffekt. Ja, das war total für Ge заним. Wie wird es meiner Meinung nach? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017